Moment Ich frag mich gerade, warum ich so selten die Armbrust benutze Ist ja eigentlich ganz okay Die hat ja doch schon was drauf Laden einfach mal nach Und dann gucken wir mal, wo wir lang müssen Also hier lang geht's nicht Das Wasser ist auch gerade mal knietief Da lang geht's auch nicht Da müssen wir bestimmt irgendwie hier so rüber So zack und so Dafür sollte man natürlich Zwei Tasten auf einmal drücken können Ah, da ist noch Zack Das sieht doch wieder gut aus Okay, das sieht mir jetzt wieder nach einem Hinterhalt Oder sowas aus Ich kann es nicht So, was ist hier los Hallo Ach, nö Ach, komm schon Wo ist das Vieh Das war ein Treffer Aber tot ist er noch nicht Weil er noch nicht wieder Aufgetaucht ist Aber den Kriegen war tot Glaubt mir Das war wieder ein Treffer Das war auch ein Treffer Kabam Mein Freund Und dafür habe ich auch, glaube ich Nur drei Schütze verschwendet Weil ich nicht richtig gezielt habe Okay, das sieht hier schon mal Falsch aus Habe ich nicht getroffen? Moment mal, Kollege Moment So aber nicht hier So Ich wollte euch schon sagen Das kann ich mir doch nicht gefallen lassen Okay Da kommen wir wohl nicht drüber Von da sind wir gekommen Dann müssen wir Einen anderen Weg finden Ja Darauf bin ich alleine gekommen Dass wir einen anderen Weg finden müssen Aber hier ist ja nichts mehr Das heißt, hier können wir da noch nicht mehr lang Hier ist das Gitter kaputt Ne, doch nicht Das sieht nur so aus Ähm Vielleicht müssen wir ja dann doch hier lang Dadurch Tatsache Was ist hier los? Jetzt bin ich also nur für Anzug Energie hier hingekommen Oder was Na ja Da oben ist was Etwas was wir nicht kaputt schießen können Weswegen ich jetzt viel Schuss verschwendet habe Aber ich denke mal irgendwie der Sinn ist hier lang zu kommen Ähm Hallo Gordon Mr. Freeman Blablabla Verrecke doch Verrecke doch Okay Ähm Aggressive Goma Goma Fische Motherfucker Junge Was ist eigentlich dein Problem? Ich schwöre Ich habe schon so viele von deinen Artgenossen getötet Roboter Hier wie dämlich die aussehen Klubsch Sollten wir nachladen Äh Immer noch keine Magnum Munition Das macht mich sehr traurig Das macht mich sehr traurig Und äh Oh Da ist ein Panzer Hm Ja hier triffst du mich nicht War Oh fuck Dafür treffe ich mich selber Ja Ich glaube das war es für dich mein Freund Äh Secure Achille Äh Achilles Wow WTF Habe ich ja jetzt mal irgendwie gar nicht mit gerechnet 85% Und wir dürfen wieder Aufzug fahren Übercool Und wir fahren nach unten Und die Daten werden geladen Was wird uns da unten erwarten? Auf jeden Fall ein Alarm Oha Das sieht nicht wirklich sehr gesund aus hier Ja Haben die die schon besiegt oder was? Palm Ist jetzt gesehen wie das läuft Na dann speichern wir hier mal ab Dann will ich nämlich vorher noch mal gucken Was da unten abgeht Wenn da denn was abgehen sollte High Radiation Area Okay Sieht auf jeden Fall freaky aus Ähm Hallo Ah ich verstehe Ich verstehe Habe ich verstanden Ja Habe ich Äh Verstanden So Was ist hier los? Äh was? Hm Okay Ich bin auch energiemäßig Das wird wieder nichts Na gut Leute Ich werde aber mal sagen Ich werde hier einen kleinen Cup machen Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu erledigen Hier zu Hause Und vielleicht nehme ich später am Nachmittag Noch ein bisschen auf Äh Meine Lust ist jetzt auf jeden Fall erstmal befriedigt Und wir Hören und sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder Bis dann Peace